Ja, immer häufiger habe ich genau das Szenario. Ich habe folgendes Szenario, Männer über 35, 40, 45, eher über 40, 45, 50 kommen zu mir, klagen über natürlich in der Regel Übergewicht 10, 15, 20, 30 bis 40 Kilo zu viel, klagen über eine ganz schlechte Fitness, zum Teil auch schon über Bluthochdruck, zum Teil natürlich auch schon die rote Karte vom Arzt, Arteriosklerose, Adernverengung ist schon da, Blutdruck ist weit weg von gut und böse, Blutdrucktabletten müssen genommen werden, damit überhaupt noch was funktioniert. Viele andere Dinge wie Leistungsfähigkeit funktionieren nicht mehr, zwei Stockwerke hochlaufen, völlig außer Atem, ja, das Übergewicht macht zu schaffen, Gelenke tun weh, Kniegelenke, Hüftgelenke tut weh, Rücken tut weh, aber erfolgreich. Aber wahnsinnig erfolgreich, diese Menschen, diese Männer sind verdammt erfolgreich. Die haben wirklich alles, was man haben kann, haben sich erarbeitet. Und dafür haben sie auch mega Respekt verdient. Aber, jetzt kommt wieder das Wörtchen aber. Sie haben sich in den letzten 20 Jahren komplett vergessen. Sie haben komplett vergessen, dass sie auch noch einen Körper haben, der funktionieren muss. Leider ist es beim menschlichen Organismus so, dass die ersten Fehlfunktionen der einzelnen Organe erst nach 70% der Organleistungsfähigkeit zutage sind. Und dann bemerken wir es. Dann fällt uns auf, hoppala, da läuft was schief. Ja, Freunde, Erfolg ist das eine. Erfolg und gesund sein, das ist das andere. Deswegen von bei mir in meinem Portofolio steht seit Anfang an, seit ich diesen Job ausübe, seit 1988 da drin, ein gesunder Körper und ein gesunder Geist arbeiten zusammen. In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Natürlich, Menschen, die so einen Erfolg haben, vor allem Männer, die sind geistig auf der vollen Höhe. Sonst wären sie dort nicht, wo sie sind. Aber sie bemerken so langsam, dass ein bis andere Bröckel, dass sie schwächer werden, die Leistungsfähigkeit sinkt, die Belastungsfähigkeit sinkt und der Körper meckert, der Arzt meckert. Die Werte, die Blutwerte, Cholesterin zu hoch, Bluthochdruck, lauter solche Dinge sind am Start. Und sie spüren es und sie wissen, sie müssen was tun. Und da kann ich euch eins sagen, es ist nie zu spät, was zu tun. Egal wie alt ihr seid, ihr könnt nochmal auf Reset drücken und dann könnt ihr nochmal sagen, okay, Start von vorne. Am allerbesten ist es natürlich schon so, wenn man präventive Maßnahmen ergreift. Das heißt, wenn ihr 30, 33, 35 seid, ihr seid voll im Erfolgsfangen. Denkt bitte dran, ein Grundinvestment in deine Gesundheit in Form von 3 mal 1 Stunde Sport pro Woche, 3 Mahlzeiten pro Tag, so gesund wie möglich, 6 Tage die Woche, das ist ein Grundinvestment. Und soll ich euch was sagen, dieses Grundinvestment in eure gesunde Zukunft macht sich definitiv bezahlt. Das Szenario heute ist bei den meisten 50, 55. Wahnsinnserfolg, alles was man braucht ist da, aber der Körper ist völlig desolat und das biologische Alter ist nicht bei 50, 55, sondern bei 65, 70. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Krankheit im Türrahmen steht und schon mal klopft, die ist sehr, sehr groß. Und dazu muss es nicht kommen, wenn man ein paar Maßnahmen ergreift. Und das ist Investment in eure gesunde Zukunft. Dreimal in der Woche, 60 Minuten intensiver Kraft- und Ausbauersport mit einer gewissen Mobilitätsübung dabei, kann ich euch nur empfehlen und anraten. Das solltet ihr als Grundinvestment investieren. Dazu habt ihr die Möglichkeit, jeden Tag Frühstück, Mittag und Abendessen, euch gesund zu ernähren. Es ist nicht so, dass ihr hungern müsst, ihr bekommt was zu essen, aber ihr solltet darauf achten, dass ihr die Schadstoffe so weit wie möglich eliminiert, dass ihr euch so weit wie möglich art- und bedarfsgerecht ernährt. Warum? Überlegt mal, welche Leistungsfähigkeit euer Körper noch im Petto hat, wenn ihr auf diese Dinge Rücksicht nehmt. Viele denken, oh, wenn ich aber dreimal in der Woche eine Stunde Sport mache, dann fehlt mir die Arbeitszeit, ich muss ja noch hinfahren, wegfahren. Wenn ich mich gesund ernähre, dann muss ich darauf achten, das kostet mich auch noch Zeit. Soll ich euch was sagen? Diese Zeit holt ihr locker wieder rein. Warum? Wenn ihr dem Körper die optimalen Lebensmittel habt, die optimalen Nährstoffe, so weit wie art- und bedarfsgerecht, dann werdet ihr Energie auftanken. Ihr werdet leistungsfähiger werden. Ihr werdet mehr Energy haben. Und das könnt ihr in eurer Arbeit setzen, da garantiere ich euch. Dann leistet ihr auf einmal in einer Stunde Arbeit, so viel wie vorhin, zwei Stunden. Was habt ihr gewonnen? Ihr habt dann Zeit gewonnen, nicht verloren. So, deswegen, mein Wunsch an euch, fangt an, frühzeitig präventiv in eure Gesundheit zu investieren. Ihr werdet dann auch noch im hohen Alter extrem viel Spaß an eurem Körper habt. Und nicht nur an eurem Konto, nicht an eurem Ferrari, nicht an eurem Porsche. Den könnt ihr trotzdem haben. Das ist ja geil, wenn man 55, 60, 65 ist, noch sportlich ist, in seinem Auto sitzt und natürlich auch schnell fahren kann, wenn man die Power hat dazu. Wenn man noch Sport betreiben kann, wenn man noch leistungsfähig ist, wenn man mit den Enkeln spielen kann. Das ist doch geil, das ist doch Lebensluxus. Alles andere ist kein Lebensluxus. Klar, wenn man viele Kohle hat, kann man sich die besten Ärzte leisten. Ja, aber in die Zeit, wo ich dann im Krankenhaus liege, wo ich dann alle möglichen Untersuchungen über mich ergehen lassen muss, wo ich irgendwelche Medikamente schlucken muss, das ist doch kein Lebensluxus, Freunde. Das hat doch mit Lebensluxus nichts zu tun. Also, geile Sache, Lebensluxus, finanziell frei, finanziell auf einem absolut Top-Niveau und dazu auf einem Top-Niveau in der Gesundheit, auf einem Top-Niveau in der Leistungsfähigkeit. Das ist Maximum mit Lebensluxus. Und da würde ich euch gerne dabei helfen. Und deswegen, Freunde, es liegt an euch. Wenn ihr dazu Ideen habt, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wie man das Ganze angeht, was man alles machen kann dafür, dann gibt es eine Möglichkeit. Schreibt es doch einfach unten in die Bemerkungen bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram. Schreibt rein, was euch interessiert. Und ich schaue, was ich daraus machen kann, weil ich liefere euch immer wieder Videos zu verschiedenen Themen. Und jetzt noch eine ganz wichtige Infos von euch. Mich gibt es zwischenzeitlich auch als Podcast. Ihr müsst mich nicht anschauen. Ihr könnt mich auch nur anhören. Und da garantiere ich euch, da ist genauso wie hier Wahnsinns-Content, 30 Jahre Berufserfahrung versuche ich immer reinzupacken in meine Infos. Warum? Damit ihr dadurch, was erreicht, damit ihr dadurch die Möglichkeit habt, umzustrukturieren. Wenn ihr natürlich dann intensiv betreut werden sollt, kein Problem. Kein Problem. Einfach mir eine kleine E-Mail schreiben. Andreas, gib mir dein Wissen. Andreas, coache mich. Und dann bin ich der Erste, der am Start bist und genau dir weiterhelfe, dein Ziel zu erreichen. Okay, Freunde. Das war es heute zum Thema. Erfolgreich im Business, wahnsinniger Lebensluxus, tolle Autos, tolle Häuser, Arbeitreise, sich leicht zu können, auf den Mond zu fliegen und dazu parallel einen top leistungsfähigen Körper bis ins hohe Alter. Das ist mein Lifestyle. Das ist das, was ich euch vermitteln möchte. Macht's gut. Bis bald. Bis dahin. Andreas Triebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T.